Musik Leere Klopapierrollen sammeln Zehnmal am Tag nachschauen, ob es eine neue Rezension zu meinem Roman gibt Den Link zum Online-Banking penetrieren Kapitalismus und Hautkrankheiten endlich fertig lesen Ein neues Schreibheft nicht beginnen Alle 100 Passwörter im Netz ändern, damit ich nichts mehr finde Das Handtuch morgens im Bad liegen lassen, muss man nicht aufhängen Die Wäsche zweimal mit 95 Grad waschen Mich bei meiner Waschmaschine bedanken, wenn sie am Ende piepst Bei einer Schmuckdesignerin in Auftrag geben, mir einen Außerirdischen in Silber als Kettenanhänger zu entwerfen Die E-Mail zur Zusage des Stipendiums löschen Die Hitzewallungen mit Rotwein bekämpfen Alle mit wichtig markierten E-Mails löschen Nicht mehr beim Hausarzt anrufen Die Küchenfronten mit kleinen schwarzen Männchen bemalen Die Weihnachtsdekoration in den Müll werfen Kunst nur noch ins Notizheft malen Interessiert doch eh keinen Schwanz Untertitelung des ZDF für funk, 2017